Eins schaut jetzt mal was da unten noch so los ist. Angst muss ich ja jetzt nicht mehr haben, dass noch groß was passieren könnte. Na komm, traut euch, fahr ein wenig schneller. Einfach nur geil. Einfach nur geil, einfach. Die kommen nicht mehr bis da runter. Ah, ich weiß nicht, ob da jetzt vielleicht doch noch irgendwo Artefakt ist, ne? Gut, ich hab gespeichert, also von daher... Pff, mir weint. Mir ist so weint. Ah, das sieht noch nach... Sieht noch ein wenig nach Basis da unten aus, ja? Doch. Nur wie greife ich da am besten an, am besten runterhüben? Da habe ich wenigstens halbwegs... Geil. Einfach nur noch geil. Nur fährst du mal davor, hier so da, technisch. Wir brauchen da oben noch eine Reparaturplattform. Kann ich noch eine Reparaturplattform bauen? Nein, nein, schade. Schade, schade, schade. Kann ich noch was erforschen? Mk-3. Achso, Mk-1 hatte ich ja schon, gut. Gut, gut, gut. Och, wir bauen da oben noch einen Sensorturm. Sind wir mal nicht so. Ich verschwende Energie mit Zeug, das ich wieder gar nicht brauche wahrscheinlich. Aber egal. Man muss ja auch mal was gönnen können. So. Naja, drei reißen den Turm jetzt wieder ab. Grundlagenforschung abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Weiterforschen. Forschung muss sein. Ja, fahrt mal irgendwie weiter weg. Oh nein, fahrt wieder weg. So nass so. Wahnsinn, warum haben die so eine Mega-Reichweite? Haben wir eine das auch? Nein. Oder? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Müssten wir mal nachmessen, ne? Machen wir einen Meter. Oh Gott. Fahrt weg. Gott, Gott, Gott. Fahrt halt weg. Mensch, da eiern sie rum. Wie die Blöden. Oh Gott. Und der Rode kommt gar nicht zur Reparatur. Er hat gar keine Chance durch den Mob an Menschen. An Menschen, genau. Ja, so sehen Menschen aus, ne? Mit fetten Raketenwerfern oben drauf. Und Rädernketten an den Seiten. So, wie mache ich das jetzt, um möglichst wenig Verluste zu haben? Gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Wo ist Tankkiller? Ich übertreibe es nur wieder maßlos mit der Verteidigung. Aber mir egal. Ich darf das. Ich bin der Sieger dieses Spiels. Also, ich wüsste es nicht, wie ich noch verlieren kann. Herr Rode hat es immer noch nicht geschafft, zur Reparatur zu kommen. Der stirbt mir noch weg, das Arschloch. So, jetzt aber... Naja, dauert noch einen Moment. Konstruktion abgeschlossen. Hm? Achso. Nummer 3, melde. Okay. Ja, wir tasten jetzt vorsichtig ran und bauen da unten noch einen Sensorturm. Geht das so aus der Entfernung? Witzig. Oh, ist das amüsant, ihre Versuche, mich zu vernichten. Gebäude wird angegriffen. Wie amüsant. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Ja, was ist da unten noch? Forschung abgeschlossen. So eine Art Basis, würde ich mal sagen. Geil. Geile Sache, das. Doch, ja, gefällt. Weiß zu gefallen. Oh, hat er es endlich zur Reparatur geschafft? Ja, geil. Habe ich geil heute auch schon ziemlich oft gesagt. So, noch mehr Alteisen. Und ihr könnt, trefft sie nimmer, ne? Also entweder ist der Sensorturm zu weit weg, oder sie treffen einfach nimmer. Oder beides. Oh, scheiße. Sensor zum einfach nur zu weit weg. Reißen wir den gleich wieder runter. Reißen wir den gleich wieder ab. Aber ich glaube, ich muss gleich niesen. Nein, doch nicht. Deutsch plus an. Äh, bist du repariert? Ja. Aus, gezeichnet. Äh. Gebäudeforschung abgeschlossen. Zeit für die VDL-Bewaffnung. Bring jetzt Zeit für Bewaffnung. Es geht schneller. Forschung abgeschlossen. Die sind schon wieder zu nahe. Kumpel 3, meldet. Lalala, lalala. Das wird jetzt gemein. Boah, die Adlerie ist so genial, wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert, ne? Äh, neues Video, nein. So geil. Die können mich nicht mehr zurückschießen. Konstruktion abgeschlossen. Die können mich nicht mehr zurückschießen, ja genau. Episches Deutsch. Dummerweise funktioniert der jetzt nicht hier. Warum weiß ich jetzt gerade auch nicht. Egal. Es ist Zeit für einen frontalen Eingriff. Eingriff, Angriff. Wir fahren halt mal voll nahe. Wenn ich's denn schaffe, meine Einheitenkorn... Ja, gut. Funktioniert. Ja, wir machen da jetzt alles mal ein wenig platt hier so. Naja, ihr habt eh keine Chance. Also von daher... Interessiert mich aber die jämmerliche Gegenwehr überhaupt nicht mehr, ne? Also... Naja, das Ding da mal in die Luft. Oh, das schaltet mal Einheiten aus, ne? So, jetzt schaltet es gar nichts mehr aus. Oh, da ist noch eine Öl... 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 Edelölquille. Eine Ölölquille. Oh, Artefakte, ja, geil, ey. Hallo, ich soll das mal ausschalten und so. Komm, jagt das Ding noch in die Luft. Jetzt zieht euch zurück. Zurückziehen. Lebt noch was? Ja. Ja. Geil. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. So, wenn sie jetzt eins nochmal zurückzieht. Oder es zumindestens versucht. Ich die Forschung anwerfe von Mittlerrumpf Retro... Retro... Wie heißt das Ding? Retribution. Oh nein, ihr fahrt. Ihr fahrt da rum. Ihr fahrt da rum. Es dauert vielleicht ein wenig länger, wenn ihr da rumfahrt, aber... Nein, es dauert nicht länger, weil bis die da oben sind und... Ach Gott. Also zweimal Erdöl und... Ja, jetzt kommt wieder die... Ich baue noch schnell ein wenig Zeug auf. Öl und so, ne. Ja, ich glaube, ich werde das alles zeigen, weil... Es gehört einfach zum Spiel dazu, dass man auch hin und wieder mal ein wenig wartet. Und... Ich meine, ich mache ja noch ein bisschen mehr als nur jetzt hier so ein Einbau. Und ich forsche ja auch, ne. Also ich weiß nicht, also mir gefällt so Forschungssachen immer ziemlich gut, wenn man was erforschen kann. Das ist halt Geschmackssache, ja. In einem gefällt es halt vielleicht nicht, aber... Ach so. Ach, das ist grün da unten. Ich habe schon gedacht, das sind noch bloß zwei Ölquellen, ne. Also mir gefällt das immer ziemlich und... Deswegen werde ich es auch zeigen. Boah, dann habe ich... Zwölf... Nein, nein, Moment. Vierzehn Ölquellen. Okay, Bauöl. Bauöl. Hol dir das Anefakt. Bauverteilung. Konstruktion abgeschlossen. Äh... Bauverteilung. Äh, wo ist das denn? Anefakt wurde gefunden. Konstruktion abgeschlossen. Extra dick. Die extra dick. Äh, äh... Meine Gedankengänge möchte ich jetzt nicht weiterverfolgen. Konstruktion abgeschlossen. Ist gesünder. Und ich kann ja noch mehr erforschen. Ach, was kann ich noch erforschen? A...Avenga Sam? Oh Gott. Ist das nicht diese Flaggstellung, von der mir Dings erzählt hat? Äh, wie hier ist der Kevin? Die irgendwie... Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Ewig einverfolgt. Oh Gott. Konstruktion abgeschlossen. O-M-G. Y-Z. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Gut, dann bauen wir da unten das obligatorische Reparaturzeug noch rein und dann ist gut. Die ist noch vollständig. Ja. Konstruktion abgeschlossen. Die kriegt man so schnell nicht klein. Äh, geht's da noch weiter? Ich hoffe mal nicht. Man weiß ja nicht, wo die Map noch hin erweitert wird, ne? Konstruktion abgeschlossen. Es ist immer so eine... Äh, Moment, da kann ich noch eins bauen. Ja, genau. So. Hier, was macht ihr überhaupt? Baut die Luft auf ihr? Nein, wir warten noch ein bisschen, bis... Bis diese... Konstruktion abgeschlossen. ...SAM fertig ist. Ich will... Ich will mal schauen, was die drauf hat. Es sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Und ich könnte ja auch 1.5 erhöhen, ne? Und nochmal speichern. So, ganz aus Sicherheitsgründen. Sicherheitsgründen. Obwohl, was muss ich mir jetzt noch entgegenwerfen? Konstruktion abgeschlossen. Es gibt ja noch dieses eine Gebäude. Sonst haben die ja gar nichts mehr. Tö. Konstruktion abgeschlossen. Ja, aber tatsächlich geglaubt, sie könnten mich besiegen. 2 von 4 verbunden. Yes. Yes, yes, yes. Ich könnte noch ein Kraftwerk bauen, ne? Für den Falle, dass ich noch mehr Ölquelle finde, wenn die... Wer die Map nochmal erweitert, wahrscheinlich, ne? Es sind nur noch ein paar Missionen. Oh, naja, hoffentlich irgendwo. Warte mal, da ist doch noch Platz ohne Ende. Wir bauen sicherheitshalber da oben noch ein Kraftwerk. Hier so. Da. Mitten auf die Bamba. Nein, fahr da erstmal alle da rauf. Wir bauen uns ein wenig näher an den Verteidigungsgebäuden. Dann spare ich mir extra Verteidigung. Wenn sie denn da vorbeikommen... Könnte einen Moment dauern. Das dauert jetzt erstmal einen Moment. So, da habe ich... Ist da noch irgendwo was, wo was sein könnte? Nö. Nö. Da ist alles platt. Oh, und die Forschung dauert. Boah. Ich könnte kotzen. Ich habe doch schon die Verbesserung für das Forschungslabor erforscht. Und trotzdem dauert es noch ewig. Und drei Dach. Ich kann ja wirklich... Doch, ich kann ja eine Reparaturplattform bauen. Ist doch reichlich unendlich. Waffenforschung abgeschlossen. Okay. Reduzieren. Redu... Oh Gott. Fort... 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 Fortständiger Lenk... Lenkraketen... Sprengkopf... Boah. Avenger Sam... Stellung. Waffenforschung abgeschlossen. Bodenluftlenkrakete. Kann ich die auf ein Fahrzeug stecken? Kann ich die auf ein Fahrzeug stecken? Bodenluft. Die greift nur Luftboden an, ne? 250. Nein, Moment. Vorher hatte 8. Ich warte mal noch die Aufrüstung ab und schaue sie mir dann noch mal Aufrüstung an. Ab. Ich warte die Aufrüstung ab. Genau. So wollte ich sagen und meinen und tun. Und ach. Boah. Wie viel Energie ich jetzt kriege. Übel, übel.